Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, Bug, ich sehe, dass wir uns endlich wieder in Bewegung gesetzt haben Bui, die Strecke wurde endlich freigeräumt, während wir geschlafen haben Wenn alles gut läuft, werden wir heute Abend in Venedig sein Der Zug wird dort einige Stunden alt machen, um alle Vorräte wieder aufzufüllen Was tun wir mit dem 13. Mörder? Haben Sie einen Hinweis? Ich habe darüber nachgedacht Es gibt einen Hinweis, den ich bei meinen Ermittlungen ignoriert habe Das Tagebuch, welches ich in Regis Tresor gefunden habe Erwähnte einen Termin in Venedig Jemanden mit den Initialen AW Er selbst wird den Termin nicht anhalten können Aber es sollte genug Zeit sein Ich könnte versuchen, den Termin für ihn wachzunehmen Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Agatha Christi Wir haben in der letzten Folge eigentlich alle gedacht Also ich habe es zumindest gedacht Dass der Fall damit gelöst ist Aber wir haben herausgefunden Es gab eine, ja quasi versteckte 13. Wunde Jetzt kann man sagen, das kann natürlich mal passieren Aber ich fand es schon seltsam Dass das dem Arzt nicht aufgefallen ist vorher Wo und wann findet das Treffen statt Treffpunkt? Oh, das weiß ich doch nicht mehr Kann ich, ich kann mir aber das Moment, untersuchen Ah, doch Äh, nee Doch Ähm Er hatte gesagt, in Venedig Hat aber nicht gesagt, wann Venedig, Venedig Ah, Kairo Hier 22 Uhr Miet-AW 22 Uhr Am 18.12. Confirm Er steht aber nicht wo Oh Venise Kommt in Venise an Oh Ich sag mal Orient Express Keine Ahnung Ähm Die meinen wahrscheinlich Venedig damit Tag war der 18. Und um 22 Uhr Aber Orient Express Keine Ahnung Ich konnte Hab ich jetzt nirgendwo gesehen Es war wahrscheinlich nicht Orient Express Naja, dachte ich mir schon Äh Ich nehm mal einfach das Ja Ich hab's aber nicht gelesen da drin Meine kleinen Grauenzellen Haben mich nicht im Stich gelassen Sprich mit Dr. Konstantin Äh Das ist wahrscheinlich jetzt mein Abteil hier, ne Äh Mindmap hab ich auch noch was Neues Finde Deinen Hastings Das hört sich so an So Finde Dein Match Ich muss jemanden finden, der mir bei den Ermittlungen in Venedig helfen kann Ja Äh Frage ich doch einfach die Ermittlerin hier, ne Dann Ähm Wieso kann ich hier nicht weitergehen jetzt Der Doktor Der war glaube ich ganz unten Ne Wo ist denn der Doktor hin Ach Ach Da oben ist er Äh Zimmer 101 Okay Zimmer 101 Ich bin ja in 200 glaube ich, ne Achso Da muss ich aber in Moment 201 kann ich rein Wie würde ich auf die Polizei wirken, wenn ich Achso Einen mutmaßlichen Mörder um Hilfe bitten würde Ja 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 Ich dachte das wäre jetzt extra gemacht Schauen wir noch mal nach Ob es vielleicht mittlerweile einen goldenen Schnurrbart auf der Toilette gibt Aber Also Hoffnung habe ich keine Bin ich ganz ehrlich So Moment Hier ist die Bar Achso Mit dem Arzt wollte ich aber sowieso sprechen Doktor Einen Moment Haben Sie Verkörungen für Regits Leiche getroffen? Ja Er wird von den italienischen Behörden in Empfang genommen, sobald wir Venedig erreichen Dort wird die Autopsie vorgenommen Allerdings gibt es da etwas Eigenartiges Oh Da dies ein französischer Zug ist, muss die Zuständigkeit aufgeteilt werden Als ich ihnen sagte, dass sie bereits am Tatort seien, haben beide zugestimmt, ihre Ermittlungen zu unterstützen, bis wir Paris erreichen Ratchets Abteil wird versiegelt bleiben, bis wir dort ankommen All jene, die an diesem Mord beteiligt waren, dürfen den Zug bis dahin ebenfalls nicht verlassen Ach Dank ihnen bin ich also das Seil in einem Tauzüren zwischen zwei Ländern Oh Aber ich dachte, sie wollten das Sagen haben Und ist es nicht merkwürdig, dass wir unsere Reise mit einer Menge Menschen fortsetzen, die die Polizei als potenzielle Mörder betrachtet? Beruhigen Sie sich, Doktor So etwas erlebe ich nicht zum ersten Mal Um ehrlich zu sein, begrüße ich die Chance, diesen Fall bis zum Ende zu begleiten Er ist gerade dabei, sich zur größten Herausforderung meiner Karriere zu entwickeln Hmm Der Lage mich nach Venedig zu begleiten, um einem Hinweis zu folgen Ich fühle mich geehrt, dass sie mich fragen, Monami Ich würde ihnen wirklich gerne helfen, aber ich muss die Situation ihr regeln Ich muss sicherstellen, dass niemand den Zug in Venedig verlässt und das Ratchets Leichnam überführt wird Nun gut Wo ist die Ermittlerin? Die Ermittlerin Locke hieße, glaube ich Genau, Zimmer 105 So Das war nämlich genau andersrum, weil die Erste Klasse ist direkt bei dem Barwagen oder was war das hier? Und dahinter kommt dann die zweite Klasse, ne? Deswegen habe ich mich auch gerade so gewundert Jetzt habe ich gesagt 105, ne? Lass uns nochmal kurz in der Toilette nachsehen Es ist so verwirrend, weil ich habe wirklich keinen einzigen Schnurrbart mehr gefunden Das finde ich nicht gut Reiß einfach mal alles auf und geh einfach mal hinein Sie ist auf jeden Fall nicht da, aber wo kann sie sein? Das ist jetzt eine gute Frage Kann ich hier irgendwas machen, wenn ich schon mal hier drüben bin, ne? Hm, das heißt, die wird dann Ja, wo wird sie dann wohl sein? Gute Frage Wo ist Madame Locke? Könnte natürlich in jedem anderen Abteil jetzt drin sein Sie könnte natürlich auch auf Achso, sie hätte da auch auf Toilette gehen können oder so Gucken wir jetzt aber erstmal danach, wo die anderen Leute sich aufhalten Mit ihm kann ich auch sprechen Ich werde keinen Mörder darum bitten, mir dabei zu ändern, sich selbst zu schnappen Ich wollte gerade sagen, kann ich einfach alle wahllos fragen? Ja, aber in dem Fall, ach, da ist sie doch In dem Fall kann ich das tatsächlich Mademoiselle Locke Sie sind ganz offensichtlich eine exzellente Polizeibeamtin Könnten Sie mich nach Venedig begleiten, um eine Ermittlung zu Ratchits Aktivitäten durchzuführen? Es gibt noch viel, was wir wissen müssen Ich Also Ja Es wird mir eine Ehre sein, mit Ihnen zu arbeiten Und Und Ich bin froh, dass Sie mir vertrauen Was haben Sie im Sinn? Es gab einen Vermerk in Ratchits Terminbuch Er hatte eine Verabredung Mit wem? Dort standen nur die Initialen A.W. Sie wollten sich um 22 Uhr an der Fontana de Corniglie, einem Brunnen treffen Ich möchte wissen, mit wem sich Ratchits treffen wollte und warum Aber Sie haben die zwölf Verschwörer bereits aufgedeckt Warum ist dieses Treffen so wichtig? Unglücklicherweise ist der Fall nicht abgeschlossen Dr. Konstantin hat eine 13. Stichwunde entdeckt Einer von Ihnen hätte zweimal auf ihn einstechen können Die Wunde wurde durch eine andere, feinere Klinge verursacht Warum sollte einer von Ihnen zwei Messer verwendet haben? Sollte das auch sagen, dass derjenige ihn damit mehr getötet habe als die anderen? Und wenn ja, wieso leugnen, wenn alles schon ans Licht gekommen ist? No, das ergibt keinen Sinn Und ich schließe einen Fall nicht, bevor alle Fragen beantwortet wurden Gerade Sie müssten das verstehen Sie haben recht, ich verstehe das Ich werde Ihnen helfen Merci Gemeinsam werden wir die Wahrheit aufdöcken Wir werden in ein paar Stunden ankommen Nutzen Sie die Gelegenheit, um sich auszuruhen Ich habe letzte Nacht gut geschlafen Von dem Medikament habe ich nichts mehr gemerkt Magnific! Dann seien Sie vorbereitet, wenn wir Venedig erreichen Ein weiteres Rätsel will gelöst werden Dies ist die dritte Anlegestelle Und es sind überhaupt keine Gondoliere verfügbar Wegen des Karnevals gibt es wohl weit und breit keinen Gondoliere für uns Der uns über den Kanal bringen könnte Die sind alle beschäftigt Der Brunnen ist direkt auf der anderen Seite des Kanals Zum Greifen nah Da drüben ist ein Gondoliere Das geheimnisvolle Treffen in Venedig Den Kanal überqueren Mindmap Da schauen wir mal, was wir da machen können Ja, ja und mit dem Auswählen Von dem, was gesagt werden konnte Ich war total verwirrt eben Weil ich Ja super, da steht nur, dass man das machen muss Weil ich natürlich gedacht habe Oh, du kannst mit dem sprechen und klickst du mal an Und bei dem einen war ich dann ein bisschen zu schnell Ich habe dann erst später gelesen, nachdem ich schon geklickt hatte Was ich dem sagen wollte Und die meint es ja wahrscheinlich Ja, wenn es danach gegangen wäre Klar, ich hatte ja schon gesagt, dass ich die Detektivin fragen möchte Also die Polizeiermittlerin Buona sera Wir würden gern den Kanal überqueren Einen Kilometer den Kanal hinab Gibt es eine Brücke Bitte Laut Karte befindet sich die Fontana de Conigli gleich hier Auf der anderen Seite des Kanals Mano, ich, Gabriele, kann Ihnen nicht helfen Scusi Wir werden unsere Verabredung um 10 Uhr verpassen Wenn wir jetzt durch die Menge Und noch dazu einen Kilometer in beide Richtungen laufen müssen Warum weigert er sich, uns auf die andere Seite zu bringen Er sieht aufgebracht aus Vielleicht finde ich den Grund dafür heraus Wenn es um den Preis geht Werden wir uns sicher einig Geld? Geld ändert daran nichts Geld scheint nicht sein Problem zu sein Was ist es dann? Ja, ich kann ja nichts mehr auswählen Ich glaube, er hat Nee, sein Paddel ist hinten Ich denke mal eher von der mutmaßlichen Freundin Ich habe es ja schon gesagt im Endeffekt Äh, wie hieß die? Bella Chiara, ne? Die Gondoliere Gut Ich bin eben doch eine verdammt gute Ermittlerin Es tut mir leid, dass Sie sich mit Chiara gestritten haben Was? Woher wissen Sie das? Ich bin Ermittlerin Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wenn Sie einen Verlobungsring übrig haben, werte Ermittlerin Dann nehme ich ihn Ah, ich verstehe Sie haben den Verlobungsring verloren Den Sie Chiara geben wollten Verloren? Viel schlimmer Ich habe ihn in den Kanal geworfen Ich bedauere diese Überreaktionen zutiefst Jetzt stehe ich ohne Verlobte und ohne Ringe da Vielleicht bringt der Gondoliere uns rüber Wenn wir seinen Ring finden Sie haben recht Uns bleibt nicht viel Zeit Ich werde Ihnen helfen Das ist gut Ziehen wir uns jetzt eine Taucherausrüstung an Und dann springen wir ins Wasser rein? Oder? Er hat doch gesagt, er hat den ins Wasser geworfen Oder nicht? Obwohl, er will jetzt hier irgendwo gucken Moment, da ist aber Äh, das ist nicht das, was ich, äh Ah, Moment Ja Da wird sich aber jemand ziemlich freuen Nur dann? Was ist mit den anderen Sachen? Wir haben einfach zu viele Plastikflaschen auf der Welt Ich brauche keine leere Getränkedose Sicher, vielleicht sind da 200 Euro drin versteckt oder so Man weiß es nicht Nein, okay Dann gehen wir mal wieder zurück So kann ich die ansprechen Verzeihung, aber ich spreche kein Italienisch Warum könnte man die ansprechen? Verzeihung Ich glaube, ich habe da etwas, was Ihnen gehört Mama mia, grazie mille, Signorina Damit werde ich das Herz meiner Chiara zurückgewinnen Ich weiß es Wie kann ich Ihnen danken? Mein Freund und ich müssen auf die andere Seite rüber Wir haben einen äußerst wichtigen Termin an der Fontana dei Conigli Ah, si, der Kaninchenbrunnen Natürlich, ich bringe sie rüber Danach werde ich Chiara anrufen Hoffentlich verzeiht sie mir Da bin ich mir sicher Bravo, Ermittlerin Loc Dieses Viertel von Venedig ist sehr charmant Sie werden es lieben Wenn es nicht zu viel verlangt ist Könnten sie auf uns warten, bis wir zurückkehren? Natürlich, keine Sorge Ich rufe in der Zwischenzeit meine Chiara an Um den Brunnen zu finden Laufen sie einfach links den Kai entlang Dann über die Brücke und schon sind sie da Sie können ihn nicht übersehen Verstanden, vielen Dank Ich danke Ihnen, Signorina Sie haben mich zum glücklichsten Gondoliere in ganz Venedig gemacht Chiara, es tut mir leid Ah, schade, ich doch Ich versichere dir, ich habe deinen Ring gefunden Okay, theoretisch können wir sogar noch ein bisschen zuhören Aber ich glaube, er hat gerade gelacht am Ende Ich glaube, das wird noch gut ausgehen bei den beiden Also, die haben gerade gesagt, wir sollen linksrum über die Brücke Damit ist das hier wahrscheinlich gemeint Das hier ist wahrscheinlich der Brunnen Ich dachte, das ist so ein riesiger, pompöser Brunnen Es ist fünf vor zehn Zur richtigen Zeit am richtigen Ort Jetzt muss nur noch AW auftauchen Sie haben mich zum Rennen gebracht, ermittlerin Lok Poirot rennt nicht Ich kann auch im Sitzen warten Ei, ei, ei Wo ist denn jetzt die Frau hin, die gerade rausgekommen ist? War das die? Kann man die ansprechen? Hm Es war aber auch auf jeden Fall einer, die kurze Haare hatte Soll ich mit ihm mal kurz reden? Hm, der guckt ja schon so auffällig Hallöchen Der ist gar nicht da Durch den konnte ich durchgehen, okay Falsche Maske oder was? Hm, wer verhält sich denn auffällig? Die ist hier so auf der Stelle am Tanzen Hatten Sie hier am Brunnen eine Verabredung? Ja, um zu feiern Hier steht da auch irgendwie so ein bisschen komisch rum Vielleicht willst du mich kennenlernen Wer weiß Die sind so zu dritt Den kann ich ja nicht ansprechen hier vorne Achso, hier steht noch einer so verlassen rum Den ich auch nicht ansprechen kann Okay Die sind schon anscheinend zusammen hier Aber er meint ja Es sollte jemand mit einer Maske sein Moment Okay Sie hatte ich schon Die beiden sind eindeutig zusammen hier Kann ich da jemanden Ah Wir haben eine Verabredung, glaube ich Das denke ich nicht Ich habe sie noch nie gesehen Na, ich weiß es nicht Der Typ kommt mir hier sehr Sehr offensichtlich irgendwie vor Der Kaninchenbrunnen Achso Nachher ist es doch der, wo ich hier durchlaufen kann Ja, jetzt kann ich nicht mehr durchlaufen Ähm Die steht hier die ganze Zeit drauf Hatten Sie hier am Brunnen eine Verabredung? Ja, um zu feiern Ja, die sind alle irgendwie nur zum Feiern Der steht hier so alleine Mhm Tja Den hatte ich schon gefragt Masken und Kostüme Die hatte ich eben schon gefragt, ne? Das sind die Dreier hier Da kam ich nicht Ja, ich habe hier doch sonst niemanden mehr Und die haben das extra hier so hingestellt Damit man da nicht durchkommt Nimm ich mal an Oder ist das da hinten die Frau, die ich eigentlich suche? Ja, dann komme ich aber nicht an die ran Hm Und ansonsten habe ich gerade schon alle angesprochen Da, haha Ein Schnurrbart, den habe ich gar nicht gesehen Ein rollender Schnurrbart Vielen Dank Ah, ich dachte ernsthaft, dass da jetzt irgendwie ein Zettel drin steckt oder sowas Hallo Gätzchen Hm Den hatte ich ja auch schon angesprochen Ja Oh Verscheuche die Tauben in Venedig Oh, cool Huch Hier kann man auch rein Hallöchen Äh Niemand da Der Rezeptionist muss wohl schlafen Oder irgendwo feiern Ja, wenn der nicht da ist Von der Seite kann ich nicht Wenn niemand da ist, der mir helfen kann Stört es sie ja sicher nicht, wenn ich mir selbst helfe Meine ich nämlich auch Ähm Wie war das AW? Checkout am 18. Gibt es sonst noch ein AW? Nee, ne? Aziz Wadi Das ist der einzige Name mit den Initialen AW Ähm Ich verstehe überhaupt nichts Verzeihung, aber ich spreche kein Italienisch Sprechen Sie Englisch? Natürlich, Signora Wie kann ich Sie stützen? Was? Oh Ich habe eine Verabredung mit einem Ihrer Gäste Wie lautet der Name? Aziz Wadi Ich habe einen Termin mit Mr. Aziz Wadi Wissen Sie, ob er zugegen ist? Leider hat er heute Morgen das Hotel verlassen Er schien es eilig zu haben, aber er hat für jemanden eine Karte hinterlassen Sie sind Ich bin Mrs. Ratchet Signora Wadi hat mich gebeten, die Nachricht an den Senioren weiterzugeben Aber ich nehme an, das wird in Ordnung sein Ich glaube, dass ich beobachtet werde Ich habe unseren Treffpunkt geändert Alice saß auf dem Brunnen Ihr Blick fiel auf das weiße Kaninchen Da hüpfte das Tier plötzlich davon Alice folgte ihm Ein weiteres Mal soll Alice ihnen den Weg weisen Sie kam durch eine schmale Gasse und über eine Brücke Dann begegnete Alice zwei Herren, die sich darum stritten, wer den größeren Hut trage Ihre Füße führten sie zurück in die schmale Gasse und zu einem kleinen Platz Dort stolperte sie über eine Katze die Tee trank Das schämische Kätzchen rannte flink in eine andere Gasse Alice folgte ihr Außer Atem kam Alice an einen großen Platz an, an dem Baracken für die Kartensoldaten standen Da marschierten die Kartensoldaten aus dem Baracken auf Alice zu Alice rannte und rannte bis an das Ende des Keils Dort verlangte eine imposant große Tür Auf der das Gesicht einer Gorgone prangte ein Passwort von ihr Es waren die Zahlen, denen Alice auf ihrer abenteuerlichen Reise begegnet war Ach du Schande Das ist sehr viel zu merken Ich bin ganz ehrlich, ich mache da mal kurz ein Bild von Weil ich weiß nicht, ob wir das später nochmal, also ob wir die Notiz jetzt mitbekommen Deswegen vorsichtshalber mal das Foto Kann ich das jetzt ansehen? Ja Okay, steht zwar aufheben, aber ich weiß nicht Ah ja doch, gesammelter Gegenstand Wir haben es doch im Inventar Gut, ich denke mal hier müssen wir nichts mehr machen Hallo Kids Doch das ist so fies, dass man die nicht streicheln darf Na gut Also Das ist eine Wegbeschreibung Nun Ratchet und Monsieur Wadi müssen dieses Buch lieben So oft, wie sie sich darauf beziehen Ja Ich denke, dass wir der Verte folgen müssen Die diese Person für Ratchet hinterlassen hat Um sie zu finden Das denke ich auch Nach Ihnen, Mademoiselle Locke So, aber ich würde sagen Bevor wir uns jetzt auf die Spur machen Was sicher noch ein bisschen komplizierter werden könnte Bei den Anweisungen Wobei er direkt schon mal weg geht Das ist ja toll Würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen Und dass wir dann der Kaninchen Spur In der nächsten Folge folgen werden Bis zur nächsten Folge Ciao Vielen Dank für dein Like Wenn du mehr davon sehen möchtest Dann darfst du mich auch gerne abonnieren Und